Wir versuchen die ganze Zeit euch zu erreichen. Die anderen sind in einen Hinterhalt geraten. Hörst du? Die Männer sind mir scheißegal. Er hat meine Tochter und ein verdammtes Flugzeug wartet auf ihn. Schalt das Ding aus und fahr! Cain, wir können sie nicht sterben lassen! Ohne seinen Bruder könnte ihr dieser scheiß Kerl, wer weiß was antun! Shelley, Riffick, hört ihr mich? Wir sind auf dem Weg! Verdammt! Sie hören uns nicht! Doch, ein bisschen was ist durchgekommen. Sei still! Ich kann sie sehen. Ist Jenny da? Sie muss da sein. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Wir können nicht raus! Wir brauchen Hilfe! Wir sitzen in der Kirche fest! Dieser verdammte Verräter kommt nicht! Ich wusste, dass er uns reinlegt! La puta que lo parió! Da sind sie nicht! Los, 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 los! Bitte komm! Cain! Du kannst uns nicht verrecken lassen, du verdammter Verräter! Carlos! Bist du da? Das glaube ich nicht. Cain! Bitte kommen! Hörst du mich? Wie weit noch bis zum Flugfeld? Nicht mehr weit! Glaube, es ist da hinten! Was? Ich muss es wissen, verdammt! Ganz ruhig! Lass den Mann fahren! Hier geht's um meine Tochter, also halt dein blödes Maul! Garacho, das ist ne Sackgasse! Hey, konzentrier dich! Wir müssen hier raus! Sagst du hier, ich soll dich konzentrieren? Ich sag nur, du sollst ihn fahren lassen! Verdammt! Da ist es! Genau vor uns! Shit! Die Tore sind verschlossen! Musst uns den Weg freischießen! Nein, wartet! Wir umfahren den Zaun! Geht voll Gas, verdammt! Rechts sind noch mehr! Ja, los! Wir müssen schneller werden! Links sind noch mehr! Wir brauchen Hilfe! Wir sitzen in der Kirche fest! Wir brauchen Hilfe! Wir sitzen in der Kirche fest! Hört uns jemand! Dieser verdammte Verräter kommt nicht! Ich wusste, dass er uns reinlegt! Sie könnten tot sein! Und Carlos? Die Schweine haben uns reingelegt! Männer! Gehen Sie nicht zuzeugt! Kapierst du das nicht? Wir müssen näher ran! Wir sind fast da! Es geht los! Schieß mir auf die Motoren! Wir müssen auf die Türme achten! Schieß mir auf die Motoren! Schneller! Es hebt ab! Es bleibt stehen! Bringt mir die Samenzeite! Du bleibst hier! Ich will ihn selbst erledigen! Du bleibst hier! Ich will ihn selbst erledigen! Ich will ihn selbst erledigen! Hey! Jenny! 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 Hey! Ihr seid vorbei! Jenny! Jenny! Ich bin jetzt hier. Bist du okay? Kleines, komm her zu mir. Lass mich verdammt noch mal los, du Mörder! Was? Aber was... Du sollst mich loslassen! Jenny, ich bin dein Vater! Halt den Mund! Ich sollte dich töten! Du hast uns verlassen! 14 Jahre lang! Bis sie uns aus dem Bett gezerrt und Mutter erschossen haben, weil du Scheiße gebaut hast! Was hast du gemacht? Ich bin zur Polizei gegangen. Sie haben mir gesagt, du wärst ein Mörder. Zum Tode verurteilt. Dann haben die Brüder mich gefunden und mir gesagt, was du getan hast! Jenny, diese Männer... Du verdammter Verräter! Warum bist du nicht einfach tot? Das werde ich. Aber erst hole ich dich heraus. Ob du mich nun hast oder nicht, verstehst du? Wir müssen uns jetzt beeilen. Bleib ganz dicht bei mir. Es ist bald vorbei. Vorsicht! Gleich haben wir's geschafft. Nur noch ein bisschen. Schaffst du's? Ich hab doch eh keine andere Wahl. Bitte komm! Cain! Du kannst uns nicht verrecken lassen, du verdammter Verräter! Carlos! Bist du da? Haltet durch! Sind gleich da! Wie viele seid ihr noch? Wiederhole! Wie viele seid ihr noch? Komm! Wir brauchen Hilfe! Wir sitzen in der Kirche fest! Was wird aus den Männern? Wir können nicht einfach abhauen! Jenny! Folge mir! Los geht's! Alles klar! Los geht's! Alles klar! Ich schwor sie zu töten! Ich hab's geschworen! Ich könnte sie rausholen! Ich schulde ihnen nichts! Sie kannten das Risiko, aber ich lass sie nicht verrecken! Cain! Nicht vor ihren Augen! Cain, was machen wir jetzt? Scheiß drauf! Das glaub ich's nicht! Cain! Bitte kommen! Hörst du mich? Bitte kommen! Cain! Du kannst uns nicht verrecken lassen, du verdammter Verräter! Carlos! Bist du da? Die Kirche brennt! Wir können nicht raus! Wir können nicht raus! Scheiße! Jenny! Hier entlang! Was? Du willst sie mitnehmen? Sie bleibt bei mir! Jenny, ich verspreche dir, alles wird gut! Verdammt! Ich hoffe, du weißt, was du tust! Mensch! Ich lasse niemanden mehr im Stich! Nie wieder!